Schnurrgast ist ein Pokémon mit dem Typ Normal, existiert seit der vierten Spielgeneration und entwickelt sich aus Charmian. Das Pokémon Schnurrgast ist ein großes katzenartiges Pokémon mit hauptsächlich silbergrauem und weißem Fell. Es zeichnet sich durch die großen Ohren mit lilafarbenen struppigen Enden, das sehr kraftvolle und rabiate Erscheinungsbild und die am Ende zackigen Schnurrhaare aus. Sein charakteristisches Merkmal stellt der lange Schweif da, der wie eine Schraubenfeder gewunden ist und mit dessen geteilter Spitze Schnurrgast meistens seine Taille umklammert. Schnurrgasts schmaler Mund, in dem man oben zwei kleine Zähne erkennen kann, seine kleine schwarze Nase darüber und seine zwei gelben Augen mit lilafarbenen Lidern formen Schnurrgasts oft ernstes und mörisches Gesicht. Und in der shiny Form haben Schnurrgasts Augenlider und die Enden seiner Ohren eine bläulichere Färbung und das Fell ist lilafarben. Dabei nutzt es vor allem physische Attacken wie Heimzahlung, Schlitzer und Buddy Slam. Eine mögliche Fähigkeit, die es besitzen kann, ist die Speckschicht und sorgt dafür, dass es vor Hitze und vor Kälte geschützt wird. Es kann aber auch die Fähigkeit Gleichmut haben, wodurch es vor Verwirrungen geschützt wird und die versteckte Fähigkeit ist der Siegeswille, wodurch Statuswert sinken, aber dafür auch der Angriffswert steigt. Schnurrgast ist ein ziemlich grobes und angeberisches Pokémon, welches selten Rücksicht auf andere nimmt. So gewährt es sich gerne Zugriff zu den Behausungen anderer Pokémon und erklärt sie als sein Eigentum. Mit seiner geteilten Schwanzspitze klammert es sich fest um seine Taille, um größer und gefährlicher zu wirken und seine Gegner dadurch abzuschrecken. Baut man direkten Augenkontakt mit ihm auf, tut es so, als sei es stärker, als es eigentlich ist und schaut arrogant rein. Allgemein ist Schnurrgast, anders als das Aussehen vielleicht vermuten lässt, ein ziemlich schnelles Pokémon. Es nutzt seine scharfen Krallen für bestimmte Attacken, während sich seine schämische und böse Art ebenfalls in einigen Attacken äußert. Zudem ist es in der Lage, seine Augen einzurasten und so beliebig lange offen zu halten, was sich in hartnäckigem Starren äußert. Schnurrgast halten sich dabei vorwiegend in bewaldeten Gebieten auf. Dabei ist Schnurrgast die letzte Stufe der Zwei-Stufen-Entwicklungsreihe und entwickelt sich auf Level 38 aus Charmian. Bei der Entwicklung zu Schnurrgast nimmt Charmian beachtlich an Masse zu und erscheint dicker und kräftiger, zudem wachsen seine Ohren. Sein Schweif teilt sich am Ende und allgemein erhält es ein rabiateres und kampflustigeres Erscheinungsbild, welches sich auch in Schnurrgast auf mürrischem Gesichtsausdruck manifestiert. Und wenn sie am Typ normal ist, ist es immun gegen Geistattacken, nimmt doppelten Schein gegen Kampfattacken. Eine Besonderheit liegt vor, wenn es die Fähigkeit Speckschicht hat, dann wird der Schaden von Feuer- und Eisattacken halbiert. Ansonsten macht es wie auch alle anderen Attacken normal. Schaden.